die dhv news vom 22 april 2022 vor 20 day gmm demos cannabis normal konferenz ihr seid am zug herzlich willkommen bei den dhv news eine vorbemerkung habe ich diesmal nur und zwar bin ich mal wieder gebeten worden euch zu bitten an forschung teilzunehmen ja was für die wissenschaft zu tun und zwar anfrage von bern verser und heino stöber vom center for drug research in frankfurt da sind wir natürlich immer dabei gerne weil wir da wissen das sind korrekte leute die machen keinen schindluder mit euren daten und so weiter ich habe auch teilgenommen an dieser geschichte hier und zwar ist diesmal die zielgruppe sind leute die irgendwann mal regelmäßig geraucht haben oder das immer noch tun also tabak ja es geht um tabak nikotin entzug und die wollen methoden erforschen wie man erfolgreich aufhört und wo die probleme liegen und so weiter ja wie gesagt ich habe dann auch hinter mir ja noch mit dem entzug von e zigarette und so und ja wer da betroffen ist ja macht aber mit den link findet ihr in der video beschreibung vor 20 day das ist natürlich der dicke brocken dieser woche der internationale kiefer feiertag sozusagen der internationale kiefer demotag kommt dann als nächstes wir haben zunächst mal gefeiert auch als handverband selbst nämlich mit einem live stream am mittwoch abend zum thema 20 jahre dhv da haben wir die letzten 20 jahre mal so revue passieren lassen da sind auch zu gast gewesen mit einer live schalte die drei gründer des handverbands also nicht ich ja sondern die anderen kollegen ich bin dann ganz kurz danach dazu gekommen nachdem die gesagt haben wir machen jetzt ein handverband das ist ganz nett in der rückschau und jede menge alte videos von frühen fernsehauftritten von mir als ich noch klein war und auch die news haben wir mal die ganzen 300 folgen so ein bisschen revue passieren lassen und martin hat da dankenswerter weise die coolsten stellen zusammengeschnitten oder meilensteine wenn sich mal design hier ein bisschen geändert hat oder so schauen wir rein naja das war der eine hinweis der zweite hinweis der der hv ist jetzt offiziell 20 jahre alt ja um das auch noch mal festzustellen hier so haben wir das jetzt auch gefeiert dann vor 20 day noch mal eigene geschichte und zwar maria kollegin vom handverband hier hat da auch große auftritte gehabt einmal auf der großen demo hier in berlin hat sie geredet und dann abends auch noch live bei den juso juso's auf instagram das war eine sehr sachliche debatte ohne große aufregung insofern deep talk über nördige details gute fragen von jusos auch sehr detailliert nicht so oberflächlich hat mir gefallen gibt leider keine aufzeichnung ja ich wollte trotzdem mal erwähnen und dann natürlich die demo selbst ja also da war ja hier in berlin war ja richtig was los große sause gerichter müller hat zur demo gerufen und auch rapper sind gekommen und haben programm gemacht da und die medien haben natürlich auch fett irgendwie darüber berichtet haben vorher und nachher berichtet also das war insofern auf jeden fall ein erfolg 2000 leute ungefähr nicht die größe der handparade die viel länger vorbereitet wird und am wochenende auch stattfindet war ja klar hat jetzt da nicht die busladung leute hier nach berlin reisen mittwoch nachmittags aber das war dann so gesehen dann trotzdem eben oder gerade deswegen ein erfolg und eben auch die ganze medienberichterstattung die auch wahrscheinlich damit zu tun hatte dass sich der richter neu erfunden hat aber da kommen wir dann erst nachher mal zu wir haben nämlich noch ein paar ausschnitte für euch und was nehmen wir da zuerst rbb genau ja der rbb hat ja auch berichtet mit dem video und wir haben das hier rumgehen lassen im team ja geguckt und zwei gleichzeitig so der typ mit dem brokkoli ich halte diesen brokkoli in der hand als grabstein der cdu weil sie eine miserable drogenpolitik gemacht haben was ist die symbolik dahinter weil eine berühmte cdu politikerin gesagt hat cannabis ist kein brokkoli und das sehe ich aber anders so jetzt zum thema der richter hat sich neu erfunden und zwar als rapper ja so richter müller ist jetzt ein rapper kollege geworden und hat zur demo promo mäßig einen song aufgenommen und auch davon wollen euch ein stückchen zeigen bei uns im kanal findet ihr außerdem auch noch einen zusammenschnitt von dem vor 20 day da hat der martin auch wieder einen schönen film zusammengeschnitten auch mit der musik zum ripper müller song dings und halt genau diese zeit gefüllt mit schönen impressionen von der parade also dauert nicht ewig aber guck mal rein ja da kommt die stimmung ganz gut rüber und auch international war viel los der vor 20 days ja vor allen dingen kommt aus dem englischsprachigen raum hat eine viel längere tradition auch als bei uns und da ist in vielen städten eben auch ein smoke in mit verbunden ja also oder smoke outfit jetzt neuerdings heißt habe ich gesehen jedenfalls leute die zusammen kiffen ja und das auch in städten wo das gar nicht erlaubt ist also speziell interessant im in london england ja die haben auch kann bis jetzt nicht legalisiert aber einmal im jahr das große spektakel im hyde park wird offensichtlich geduldet zeigen euch einen ausschnitt von so das war london wir schalten um nach new york in den washington park auch noch mal einen kleinen ausschnitt von da ja soviel erstmal zum ford 20 day ich habe euch noch ein paar presseberichte in die video beschreibung gepackt wer da noch ein bisschen stöbern will gucken will wie die medien darauf reagiert haben können da noch was sehen und wir schließen jetzt mit dem letzten schnipsel weiteren ausschnitt noch mal vom deutschen gmm und zwar mit einem cannabis aktivisten neuerdings in der bauchbinde habe ich auch so noch nicht gesehen ein video vom tagesspiegel als ehemaliger polizeipräsident seit vielen jahren aktiv gegen die herrschende drogenpolitik weil in meiner beruflichen erfahrung die prohibition nur negative folgen hat ja sonst hat hubert bimber ja immer die bauchbinde polizeipräsident außer dienst oder auch lieb sprecher law enforcement against prohibition cannabis aktivist für den ex-chef polizisten von münster ist schon auch eine lustige bezeichnung aber jetzt kommen wir zu den gmm demos nach der demo ist vor der demo und der ford 20 day hat ja auch mal gezeigt dass man da einen schönen impuls für die legalisierung liefern kann eben insbesondere auch durch die medienaufmerksamkeit aber eben auch die ganzen leute die die demo sehen ja und denken leute demonstrieren für legalisierung ist noch gar nicht so weit ja und es gibt weltweit eben diesen demotag global marihuana marsch anfang mai und bei uns in deutschland koordinieren wir das vom handverband also wir sammeln die ganzen städte zusammen machen die übersicht die kriegen aufkleber und plakate und gedöns zentraler spruch die meisten haben dann denselben das selbe motto dann für die demo wie auch immer auf jeden fall sind in 18 deutschen städten demonstrationen angemeldet bisher ich glaube dresden kommt da noch dazu das könnte noch die 19 stadt werden also ein zwei sind einer pipeline die noch nicht ganz offiziell die anmeldung abgeschlossen haben aber da müsste auf jeden fall für die fast alle von euch watnane dabei sein und ich erzähle ab mal ganz kurz hier bisschen city dropping ja am 7 mai samstags sind demonstrationen in dortmund berlin braunschweig nürnberg magdeburg regensburg heidelberg münchen halle hamburg ulm stuttgart konstanz düsseldorf am 13 mai in darmstadt und 14 mai wieder samstags oldenburg freiburg und frankfurt also gibt keine ausrede mehr von wegen der weg nach berlin ist zu weit oder so fahr da halt einfach in die nächste stadt wohnen gmm ist und demonstriert da die sind alle organisiert ehrenamtlich von aktivisten vor ort wieder manchmal der vorratsgruppen manchmal andere leute auf jeden fall vollkommen ehrenamtlich und die haben jetzt verdient dass ihr dahin geht und diese arbeit wertvoll macht ja hat man da auch wirklich was sieht vor ort hat da was los ist dann findet ihr alle infos auf gmm-deutschland.de wenn ihr also wollt jetzt lautabach das ganze thema nicht total versemmelt ja oder wenn ihr sagt legalisierung sofort ja wo wir uns ja alle einig sind das wollen wir natürlich nach wie vor ja das jetzt nicht da zwei jahre rumdiskutieren und am ende scheitern so mit der ganzen legalisierung aus irgendwelchen gründen zum beispiel aus lauterbach gründen und dann ist gar nichts passiert ja also wir wollen jetzt erstmal legalisierung sehen und das geht einfach und schnell und ja nach wie vor wollen wir was sehen von der politik und ihr bestimmt auch also geht demonstrieren und wenn wir jetzt gerade dabei sind hier community zum mitmachen und so das ist auch unsere cannabis normal konferenz im juni dann folgt jeden monat schlag auf schlag jetzt eine große sache hier und für uns beim dhv ist die cannabis normal oder canoko cannabis normal konferenz eines der größten zusätzlichen projekte dieses jahr ja natürlich unsere normale arbeit ist das größte projekt aber so zusätzlich ist das unser projekt was viel arbeit macht zusätzlich und wir verdienen da nichts dran ja da wir wilde diskussionen gestern wieder gehabt irgendwie dieses durch ein bisschen kostet ein bisschen watt die tickets ja auch wenn die sogar subventioniert sind von den weihnachtsspenden wir haben das ja schon im dezember angekündigt wir machen diese konferenz und wir finanzieren die auch zum teil eben über die spenden damit die tickets nicht so teuer werden trotzdem ist das so dass bei einer konferenz in der größenordnung die halt turnhallengröße so überschreitet ja man will einigermaßen vernünftige location haben dafür aber eben auch nicht in die tausende geht da ist das teuer vor allen dingen wenn man keinen sponsor hat ja da seht ihr auch noch mal das ist kein business event oder so sonst hätten wir sponsoren wäre das kein thema aber so wenn das über tickets bezahlt werden muss dann ist das fast gar nicht möglich ja also nach wie vor nehmen wir gerne sponsoren wenn ihr eine firma habt und sagt das finden wir gut da wollen wir unterstützen da kriegt ihr auch verwerbung für ja verbindet eure euren guten namen mit dem guten namen der konferenz und so weiter und der online promo die wir noch machen das würde uns erleichtern im prinzip beim nächsten mal wieder zu entscheiden wir machen wieder so eine konferenz weil wir haben sie aufgegeben dann nach ausgaben 2017 und 18 weil wir uns einfach nicht leisten konnten ja das war zu teuer trotz eintrittspreisen die viele nicht gewöhnt sind es geht ja auch richtet sich an privatleute ist ja nicht so dass wir jetzt irgendwie business ansprechen oder so wie viele andere konferenzen wo sowieso der arbeitgeber hat bezahlt oder die einrichtung oder wie inklusive fahrtkosten in einem schnickschnack hier wenden wir uns eben an privatleute die das nicht beruflich machen insofern klar dass das eine preisbewusste angelegenheit ist ja aber wir haben uns bemüht das so weit wie möglich nach unten zu kriegen diesmal und wir wollten unbedingt dieses jahr so eine konferenz machen weil wir das mit euch besprechen wollen wir haben ja ganz andere situation jetzt eine regierung die cannabis legalisieren will und wir können uns da jetzt ganz anders einbringen und wir müssen ganz andere details auf dem schirm haben als das vorher der fall war deswegen haben wir unsere eckpunkte vorgelegt haben für uns im dhv team das ganze schon mal ein bisschen vorsortiert sozusagen und für uns gesagt wir würden dazu und so machen und das wollen wir jetzt mit euch besprechen der handverband ist die interessenvertretung der cannabis konsumenten und private legalisierungs befürworter ja man muss ja nicht unbedingt kiffen um das gut zu finden wenn legalisiert wird und deswegen wollen wir das ganze möglichst breit diskutieren mit euch und möglichst viel konsens herstellen ja das wird nicht ganz einfach weil jeder wahrscheinlich keine zwei liege leiser die zu allen angesprochenen punkten genau die gleiche meinung haben da müssen uns halt jetzt mal darüber unterhalten auseinandersetzen kompromisse finden und so weiter und das auch deswegen wichtig weil wir als handverband eben diese punkte einbringen und zum teil auch durchsetzen werden würde ich jetzt mal davon ausgehen ihr habt also unmittelbaren einfluss darauf wie wir da auftreten mit welchen punkten und normalerweise schon ist ja sowieso die cannabis normal konferenz ein dreiklang von politik aktivismus und wissenschaft die wir da zusammenbringen das wird jetzt auch wieder so sein wir haben ja die zusagen von den drogenpolitischen sprechern schon fangen auch an mit einer podiumsdiskussion freitag abends da haben wir jetzt gerade promo für gemacht aber ist natürlich nicht nur die diese diskussionsrunde ja die diskussion von so viel geld nur um die da labern zu hören die sagen sowieso nichts wir müssen ja auch nicht hingehen wenn euch das zu blöd ist kommt halt erst danach zum gathering come together und so und ein bisschen glück sind noch ein paar da von denen zumindest habt ihr da mal die möglichkeit auch persönlich die anzusprechen die politiker und auch natürlich während der debatte werden wir dann irgendwann die mikros öffnen und dann kann jeder mal eine fragestellende daran kommt oder ein statement ja wir sind da um zu diskutieren und haben auch diesmal die sessions anders organisiert oder sind dabei sonst war das ja eher vortrag wir haben immer schon 20 minuten frage antwort gehabt am ende aber diesmal wird hat nur ein kurzer impuls vortrag sein und die vortragenden sind diesmal eher moderatoren die im prinzip den auftrag haben für zwölf verschiedene sessions mit bestimmten themen bereichen der eckpunkte uns ergebnisse zu liefern wir werden fragestellungen auch mit reingeben und sagen wir hätten gerne da und da ein stimmungsbild dazu und dann werden wir das ganze berücksichtigen auch sachlich inhaltliche wertvolle hinweise die können auch jetzt schon geben online beim eckpunktepapier das ganze findet ihr noch mal in der video beschreibung und wir freuen uns wenn möglichst viele von euch dann da vor ort dabei sind damit wir da eben auch mit massig support quasi in diese verhandlungen dann demnächst reingehen so habe ich das jetzt alles erzählt was ich hier erzählen wollte ja ticketverkauf läuft ja zu den preisen da ich dann noch mal konkret was und zwar müsste der normale preis im moment noch 120 euro aber nicht gleich aufregen ja die leute die nicht viel geld haben studenten was bei sich all g2 bezieher und so weiter und vor allen dingen die hv mitglieder bezahlen 70 euro early bird preis bis zum vierten mai das für drei tage konferenz inklusive catering wobei natürlich freitags abends erst losgeht und sonntag dann mittags vorbei ist da ist dann nur noch eine session wo wir uns noch mal treffen weil wir ja auch feiern zwischendurch ja wir haben dann eben freitag abends noch ein kurzes come together damit alle samstag frisch sind dann arbeiten wir wie die irren an diese ganzen themen dadurch und dann feiern wir dann schreiben wir auch noch mal über die party oben drüber 20 jahre dhv dann war das auch noch geregelt und dann werden wir alle ganz schön müde sein am sonntag nachdem wir ergebnisse produziert haben und dann treffen uns noch mal für das ganze gedöns 70 euro eben als dhv-mitglied und als mensch der nicht viel geld hat und die anderen 120 das ist nicht viel ja für leute die nicht gewöhnt sind auf konferenzen zu gehen die sind fast alle deutlich teurer die business konferenzen sowieso ein vielfaches von dem im ticket preis von dem hat wieder aufrufen und ja da werden leute zu konzerten fahren wird bei sich irgendwelche berühmten musiker zahlen die oft noch mehr als das und regen sich nicht drüber auf obwohl hat nur zwei stunden dauert oder drei also gibt euch den ruck redet mit land leute kennen ja da werden natürlich auch jede menge interessante leute vor ort sein es lohnt sich so jetzt habe ich alles gesagt kommen wir noch mal zu ein paar inhaltlichen punkten punkten und zwar cbd tropfen große aufregung gestern als die nachricht herum ging dass ein urteil gefällt wurde dass cbd tropfen jetzt arzneimittel sein sollen so eine ganz neue angelegenheit ist das gar nicht das ist schon ewig so im prinzip seite überhaupt das ganze cbd thema gibt da drei rechtsbereiche da probleme bereiten das betäubungsmittelgesetz arzneimittelgesetz und die novel food verordnung der eu dann neuerdings die dann noch dazu kam und jetzt kommen wir wieder thema arzneimittel recht hoch das war vor allem bis jetzt immer ein thema dort man nicht auf die packung draufschreiben durfte von wegen cbd lindert diese und jene bewegchen weil das an automatischen arzneimittel ist wenn da irgendwelche heilsversprechen draufstehen und das ist natürlich auch schwierig im zusammenhang mit der werbung die da gemacht wird die händler dürfen im prinzip die kunden gar nicht richtig aufklären ja wenn es da wirklich um so eine art anwendung geht das ist allein schon problematisch aber sie geben sich trotzdem dann irgendwie mühe das in den kontext einzubetten diese informationen das aber wiederum sehen auch die gerichte ja die dann sagen also die leute nehmen das an mir ja doch als arzneimittel egal ob ihr das als massager verkauft oder sagt darauf schreibt nicht nicht zur anwendung oder so oder ob ihr da mengen vorschlagt so hat da die betroffene firma auch argumentiert von wegen so wenig dosierung da anleitung reingeschrieben da kann gar nichts passieren war viel zu wenig ja was natürlich auch kontraproduktiv ist für die kunden am ende so ein placebo dazu zu schlucken wie auch immer das reicht im prinzip schon dem gericht aus wenn wenn dann eben leute sich das zeug geben sozusagen um medizinische wirkung zu erzielen was halt auch interessant ist es geht hier ganz konkret um ein urteil des verwaltungsgerichts in köln die haben eindeutig die medizinische wirkung von cbd anerkannt ja das ist im prinzip der einzige positive was man der ganzen sache ablesen kann also ganz klar sagt hat gericht cbd hat eine medizinische wirkung und beschreibt es eben auch dass es eine relativ breite anwendungsgeschichte ist und leute eben die das konsumieren tatsächlich auch schlucken ja das haben die schon kapiert ja die sind ja nicht bescheuert dann ist ja auch so muss man ja am ende mal sagen und die betroffene firma hat wohl dann versucht da rauszukommen irgendwie aus der ganzen nummer indem sie gesagt haben das ist jetzt ein aroma öl das ist nicht zum schlucken oder so sondern man soll drei mal drei tropfen am tag auf seinen kissen träufeln auf den kopfkissen ja und das dann irgendwie wirken lassen und weil das irgendwie gut riecht oder so ne und da haben die richter auch gesagt ja seid ihr bekloppt hat macht doch kein mensch sich da die ölige pampe da auf irgendwie auf den kopfkissen zu machen das glauben wir euch nicht und ja vielleicht war das sogar rossmann das war nämlich die einzige von denen ich das mal gelesen habe vor ein paar jahren das ging ja immer hin und her mit den cbd produkten zwischen auch bei den bei den discountern bei den bei den drogeriemärkten auch dm mal rein ins regal wieder raus aus dem regal ständiges hin und her ist das jetzt erlaubt oder verboten oder was und in dem zuge hat dann gab es dann mal eine meldung hat dm jetzt gerade zeug wieder raus nimmt aus dem regal und rossmann eben sich entschieden hat zu sagen wir schreiben jetzt hinter das zoll mal auf den kopfkissen schmieren das zeug vielleicht war auch nicht rossmann ja aber auf jeden fall hat könnte sein mit dem hinweis dass bei der firma hier auch der fall war so was bedeutet jetzt das ganze das ist eine sache die schon zwei jahre her ist 2009 10 hat nämlich gab es eine anfrage beim bfam bundesinstitut für arzneimittel von der behörde vor ort eine kommunale die da dieses produkt gesehen hat ja einen händler begutachten wollte und sich gefragt hat was ist jetzt damit haben nachgefragt im bfam hat gesagt das ist ein arzneimittel das ist zulassungspflichtig und insofern ist es nicht verkehrsfähig wenn es eben diesen zulassungsantrag nicht gegeben hat und die firma darf das nicht verkaufen dagegen hat die firma geklagt und jetzt hat das verwaltungsgericht in köln entschieden das bfam hatte recht das ist ein arzneimittel das ist eine diskussion die kenne ich schon ewig ja das hatten wir schon vor 20 jahren als sie versucht haben über das arzneimittelgesetz alle möglichen substanzen zu verbieten die nicht im betäubungsmittelgesetz drin standen und natürlich auch nicht in irgendeiner liste beim arzneimittelgesetz aber das ist so ein passus drin im arzneimittelgesetz substanzen die pharmakologisch wirken sind erstmal irgendwie auch grundsätzlich arzneimittel und das in abgrenzung zu lebensmitteln nahrungsergänzungsmitteln genussmitteln ist halt ein totaler graubereich auch nach dem dem argument kann man auch kaffee verbieten zum beispiel weil das natürlich auch eine pharmakologische wirkung irgendwie hat also damals schon undurchsichtig habe da ganz gut drüber gelesen weiß ich noch damals als es um das verbot von effedrag ging und jetzt wieder herr kommt das ganze wieder auf den tisch sozusagen jetzt das ganze theater bei cbd wieder dran wenn ich verlinke euch das urteil ja können stundenlang durch diese ganze einordnungsgeschichte durchfrickeln ja was jetzt ein nahrungsergänzungsmittel ist und so weiter ist was kompliziert unterm strich heißt das aber das ding ist nicht rechtskräftig die firma kann dann auch einfach einlegen zumindest ist uns nicht bekannt ob das bisher passiert ist oder nicht ob das rechtskräftig ist oder nicht und wir haben ja auch schon gerade im cbd bereich gesehen mehrere dass mehrere urteile halt nicht jetzt eine durchschlagende wirkung haben schon gar nicht auf der untersten ebene beim verwaltungsgericht da gibt es ja noch ein paar instanzen darüber die dann halt auch durchschlagskraft hätten deutschlandweit wobei das ja selbst bei dem bgh urteil zur cbd jetzt nicht unbedingt der fall ist am ende geht das ganze trotzdem weiter und dauert noch jahrelang also mir macht hat urteil jetzt weniger kopfzerbrechen als vielen wo ich das gestern gesehen habe und dann ist auch nicht unmittelbar der politik anzulasten hat klar auch teilweise so von wegen das liefern die schon nicht und jetzt auch noch dieses urteil und jetzt glaube ich denen gar nichts mehr als hätten die das urteil gefällt aber muss natürlich sagen sie haben es auch nicht verhindert indem sie das gesetzlich endlich ändern das muss man natürlich als vorwürfe stehen lassen hat das ganz lange viel zu lange dauert und glaubwürdigkeit wäre eher mal wieder da wenn sie schon mal ein paar kleine schritte tatsächlich machen würden anstatt nur zu reden das sehe ich natürlich auch so so jetzt kommen wir noch kurz in die schweiz rüber da gucke ich da habe ich doch doch noch mal ganz kurz hier zum anderen thema cbd weil da ist das nämlich genau dasselbe thema auch am laufen in der schweiz nämlich dass das ein arzneimittel ist und die leute das einnehmen die ganzen tropfen da und nicht als massageöl benutzen und die schweizer hat jetzt so gemacht dass sie den händlern und produzenten vorschreibt dass sie das vergellen diese tropfen also das heißt ungenießbar machen da ist ein duftstoff drin oder was der so eklig ist ob man dann auf gar keinen fall schlucken will dann schmeckt dann auch total übel oder so und dann darf man das weiter verkaufen als nicht arzneimittel und wenn man das nicht macht dann ist es halt ein arzneimittel und dann darf man nicht verkaufen ohne zulassungsantrag genau dasselbe spiel ja nur eben mit dem mit der vergällungskomponente dazu so und jetzt aber das andere thema aus der schweiz modellprojekte das geht jetzt los da ja also die das erste projekt ist genehmigt die gesetzlichen voraussetzungen dafür wurden vor einer weile schon geschaffen also letztes jahr schon verabschiedet dann wurden halt anträge eingereicht die vorher schon mehr oder weniger in der schublade waren und jetzt hat basel den ersten zuschlag bekommen da sollen jetzt anfang august 400 leute gesucht werden die da teilnehmen an der ganzen geschichte und das ganze soll dann für zweieinhalb jahre untersucht werden wie sich deren konsum entwickelt wenn sie eben legales cannabis einfach aus dem apotheke in dem fall tatsächlich ja die kriegen das aus der apotheke wenn das da erhalten ja was sich dann da verändert wann das genau losgeht mit der abgabe weiß ich nicht das habe ich nirgendwo lesen können da da immer nur die rede von ja ab jetzt können die sich dann im august bewerben die leute aber es kann gut sein dass dieses jahr noch losgeht weil die firma die das ganze liefern soll gras und hasch produktion in der schweiz auch schon bestimmt ist und die tüfteln da schon eine weile rum also möglicherweise zum ersten mal premiere legale cannabis abgabe in der schweiz wenn auch nur im laborversuch sozusagen aber großer schritt nach vorne und weitere städte sind in der pipeline haben auch anträge abgegeben warten auf die genehmigung das wird also nicht nur in basel stattfinden jetzt mal kurz für alle die sagen dass überall woanders geht ganz schnell ja nur deutschland braucht ewig warum können wir das nicht wenn die schweizer hat können der älteste hinweis den ich gefunden habe in meinen ganzen ordnern zum thema modellprojekt in der schweiz ist von 2012 zehn jahre her stand im handjournal dass der antrag ausgerichtet von basel und zürich auf modellprojekt abgelehnt worden ist das heißt gestellt wurden die noch früher ja das ist also über zehn jahre her dass in der schweiz diese ganze debatte läuft vielleicht auch noch länger ja das war bei der ältesten weil ich es ja nicht gefunden habe also das hat auch da alles ewig gedauert und wenn wir schon mal bei ewig dauern sind und bei den leuten die denken überall woanders geht es schnell guckt man auch in die usa auch da ist das genau dasselbe spiel das ist eigentlich eine sehr ähnliche situation wie bei uns in deutschland die mehrheitsführer der regierung ich meine die haben ja keine koalition aber da sind halt die demokraten jetzt den präsidenten stellen mit beiden seit einer ganzen weile und im haus die mehrheit haben und im senat in der zweiten kammer ist etwas knapp ähnlich wie bei uns ja bundestag geht klar bundesrat schwierig und jetzt haben die demokraten immer angekündigt gehabt sie wollen eigenes legalized gesetz machen nachdem das andere parlament schon die legalisierung beschlossen hat mit einem relativ oberflächlichen ding von wegen die länder sollen ihr ding machen aber wir verbieten das nicht mehr auf bundesebene haben die gesagt nein wir machen gleich den großen wurf und regulieren das alles komplett durch und seitdem wartet man wartet man wartet man auf diesen entwurf weil die jahrelang diskutieren darüber was jetzt da sie genau vorlegen sollen und jetzt wurde wieder verschoben von der aktuellen session wo alle gewartet haben dass jetzt im april kommt aber nee jetzt kommt der ist im august mal gucken ob es dann kommt ja also das ist ganz eine ähnliche situation dauert auch verdammt lange und im grunde sind wir genau so langsam wie alle anderen auch ja also das ist so oder so ätzend überall zu langsam ja muss was heißt jetzt nicht dass wir jetzt hier trödeln sollen sondern dazu überall was schneller mal vorwärts machen sollen dann wo wir gerade in den usa sind noch ein paar kleinigkeiten da sind ein haufen interessante nachrichten aufgeschlagen diese woche passend dazu erstmal hier zu der ganzen politischen situation zwei drittel der amerikaner sind für die legalisierung nach wie vor sehr stabil seit jahren ist ungefähr in diesem bereich Mitte 60 prozent die zustimmung zur kompletten legalisierung von cannabis mit fachgeschäften und allem drum und dran das heißt da ist der gesellschaftliche druck noch mal deutlich höher als bei uns wir haben jetzt auch letztes mal bei unserer umfrage zum ersten mal eine einfache mehrheit gab 49 zu 46 prozent was schon revolutionär ist ja aber wir sind noch weit entfernt von der stimmung in den usa und genau das bildet sich gerade auch im bundestag ab eine hauchdünne entscheidung das in koalitionsvertrag reinzuschreiben der wille das machen zu wollen aber auch jede menge leute da noch die skeptisch sind die bremsen wir das nicht wichtig finden und so weiter von daher ist weiter druck angesagt geht demonstrieren und überzeugt eure nachbarn damit wir da noch ein paar prozente ziehen dann in new jersey beginnt der verkauf von cannabis auch da wurde jetzt lange diskutiert an den regeln rumgeschraubt und so aber jetzt geht los der erste verkauf findet statt an leute ab 21 und es kann pro kauf eine unze gekauft werden das sind 28 ein paar zerquetschte gramm und zu hause also ne insgesamt im monat das ist eine begrenzung die selten ist in usa darf man drei unzen kaufen also 100 gramm ungefähr pro monat die einem da legal zugestehen habe ich sonst noch nie gehört in usa bei anderen staaten vielleicht habe ich auch bei einem vergessen aber in der regel darf man da so viel kaufen wie man will das gibt es wirklich begrenzt das heißt sie müssen auch irgendeine art system haben das irgendwie nachzuvollziehen wer wie viel kauft das habe ich auch noch nicht so ganz durchschaut oder keine infos dazu gesehen erstmal auf die schnelle beim recherchieren jetzt aber noch ein interessantes lustiges detail dazu von der polizei auch da sind die wirklich unterwegs wie bei uns die polizeigewerkschaften sind ja die die am meisten sich dagegen sperren und irgendwie überhaupt nicht kapieren was los ist da mit legalisierung was das soll und sich dagegen stemmen und da in new jersey haben die polizeichefs da jetzt irgendwie öffentlich im meinungsartikel und so weiter darum gebeten dass sie doch selber bitteschön nicht giffen dürfen sollen ja dass man den polizisten dann ausnahme genehmigt dass sie weiterhin verfolgt werden wenn sie konsumieren also das ist ja auch komplett irre irgendwie die finden das nach wie vor wahrscheinlich richtig mit der prohibition und wollen das wenigstens bei sich selbst machen also wirklich irre info dazu auch in der video beschreibung wie immer könnt ihr selber lesen ob ich das jetzt hier richtig dargestellt habe aber ich denke das passt so was haben wir noch hier auch noch zwei untersuchungen jetzt zu den auswirkungen der legalisierung was ja hier mal so fürchterlich an die wand gemalt wird an risiken was alles schlimmes passiert wenn man legalisiert und lustigerweise hatten wir ja hier vor nicht allzu langer Zeit so eine Studie dass die Behandlungszahlen in den stationären Einrichtungen bei Cannabis-Leuten fürchterlich nach oben gegangen sind und dass man deswegen nicht Cannabis legalisieren soll was eh schon komisch ist weil ja diese Entwicklung sich im Rahmen der Prohibition abgespielt hat und nicht bei der Legalisierung und jetzt haben wir das Gegenstück aus den USA da haben ein paar Forscher untersucht wie hat sich denn das entwickelt mit den Einweisungen zur Behandlung von Cannabis Abhängigen wie auch immer oder Leuten die da ein Problem mit haben und es gibt keinen Zusammenhang mit der Legalisierung ist das nicht nach oben gegangen ist nicht messbar nicht nachweisbar da passiert einfach nichts da werden nicht mehr Leute behandlungsbedürftig die zweite Studie ganz ähnlich da geht es um die Frage wie sich der Entzug von Kindern entwickelt hat wo die Jugendlichen in prekäre Familien reingehen müssen da irgendwie Kinder rausholen weil die irgendwie gefährdet sind oder was die Zahl ist gesunken in den Staaten wo Cannabis legalisiert wurde weniger Kinder die da irgendwie gefährdet sind offenbar auch interessant höre ich auch zum ersten Mal und der letzte der letzte Thema ja hier jetzt ein bisschen Boulevard wieder zurück nach Deutschland und zwar die Berliner Polizei verabschiedet sich nach und nach von Urin-Tests ist eigentlich gar nicht Boulevard ist ein wichtiges Thema aber Boulevard da dran ist die versucht haben die Tests in Mineralwasser zu tun können anstatt in Urin und da haben die auch positiv angeschlagen auf Cannabis und Amphetamin und haben dann haben sie wohl gedacht dass das irgendwie nicht sein kann ja dass das Mineralwasser vorher keinen Gas geraucht hat und dann haben sie jetzt eine Charge komplett weggeschmissen weil das offensichtlich Schrott war und stellen jetzt nach und nach um auf Speicheltests in Berlin also die Tage der Urin-Tests in Berlin sind gezählt und die Polizei nennt auch als Problem tatsächlich die Durchführung der Urin-Tests ja dass sie da den Leuten offenbar nicht so richtig irgendwie zugucken wollen dabei und wenn sie das aber nicht machen dann die Ergebnisse auch befälscht sein können zum Beispiel mit Mineralwasser und deswegen haben sie jetzt keine Lust mehr darauf und machen lieber Speicheltests für euch nochmal der Hinweis ihr müsst Schnelltests niemals machen die Polizei kann euch zur Blutprobe schleppen wenn sie Anhaltspunkte dafür hat dass ihr berauscht seid die müssen sie theoretisch haben ich weiß dass das vor Ort dann eine schwierige Diskussion ist und sich da viele nicht so durchsetzen können gegenüber der Polizei aber versucht es halt ihr müsst die Schnelltests nicht machen und das hier ist der beste Beweis dafür ihr habt gehört dass das total unzuverlässig ist und dass da positive Ergebnisse kommen was euch nur Ärger bringt irgendwie und ihr seid nüchtern und fertig Paradigmenwechsel steht im Artikel den ich dazu gefunden habe beim Nachweis von Rauschmitteln im Verkehr 17.000 verbrauchte Urintests werden mehr und mehr durch Speicheltests ersetzt also kärlich scheinbar zu den Terminen unsere Ortsgruppen treffen sich erstmal am Sonntag 24. April in Darmstadt Sonntag 24. April in Oldenburg und nochmal Sonntag 24. April in Bamberg die neue Gruppe da in Bayern dann Oldenburg Dienstag 26. April Hamburg 28. April Karlsruhe Freitag 29. April und Darmstadt Samstag 30. April Infostände gibt es in Regensburg Freiburg Oldenburg Bamberg und Halle und jetzt nochmal Global Marihuana Marsch ja ich überspringe jetzt ein paar andere Termine da geht ja nächste Woche weiter an der Stelle aber die sage ich euch schon mal Global Marihuana Marsch schreibt euch das in die Kalender rein am 7. Mai in Dortmund Berlin Braunschweig Nürnberg Magdeburg Regensburg Heidelberg München Halle Hamburg Ulm Stuttgart Konstanz Düsseldorf am 13. Mai in Darmstadt am 14. Mai Oldenburg Freiburg Frankfurt und wahrscheinlich auch noch in Dresden das müsst ihr dann auf der Seite nochmal gucken gmm-deutschland.de da sind die aktuellen Infos alle zu finden auch das was ich gerade hier so runtergequasselt habe findet ihr da alles und das war es für heute ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend und die Glocke noch ja und die Glocke verdammt die Glocke die Glocke ja und dieg Courözese sens healed ich ously Vielen Dank.